Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel One Punch Man. Allerdings habe ich heute ein Problem. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es hier runtergeladen und da bleibt hier stehen. Ich habe es jetzt schon dreimal deinstalliert, immer wieder hochgeladen und da bleibt immer an der gleichen Stelle stehen. Ob das jetzt am Plus-Deck liegt oder an irgendwas anderem, ich weiß es leider nicht. Aber ich habe schon bei zwei anderen Spielen heute auch schon Probleme gehabt. Also muss ich jetzt hier so zehn Minuten warten. Ich denke mal es sind keine zehn Minuten mehr, weil ich bin ja jetzt in dem Spiel drin. Ich muss ja nur zehn Minuten in dem Spiel drin sein. Dann habe ich ja mein Ticket erreicht. Aber was ist nur heute los? Internet oder BlueStack kaputt? Keine Ahnung. Ich muss die ganze Zeit warten, bis er um die Lampe leuchtet. Dann habe ich mein Ticket. Ja, ich habe mir schon gedacht, ich kann mein Spiel hier weiterspielen bei One Punch Man. Hat mich schon gefreut. Ich so, jo cool. Endlich geht es weiter mit One Punch Man. Habe auch mein Account angewählt, aber nein. Heute geht irgendwie gar nichts. Dann habe ich vorhin noch, also ist ja jetzt 10.30 Uhr. Ich habe um 9.30 Uhr ein Spiel angefangen. Für die zweistündige. Vielleicht habe ich gehofft, dass ich da vielleicht was wieder gewinne. Da hatte ich genau das gleiche Problem. Ein Spiel angewählt, hochgeladen und kurz bevor es fertig war, stehen geblieben. Anstatt da, ich muss das Spiel reparieren, habe ich wieder runter geschmissen, wieder hochgeladen. Genau wieder an der gleichen Stelle stehen geblieben. Dann war da so ein Button mit Reparieren. Da habe ich auf Reparieren gedrückt. Dann ging es. Ja und dann war halt die 10 Minuten auch vorbei. Und da habe ich mir gedacht, dann warte ich noch mal ein bisschen. Dann spiele ich das um 10 Uhr das Spiel. Von 10 bis 12. Habe ich bei denen auch runtergeladen, gespielt oder wollte spielen. Ging irgendwie nicht. Auch wieder stehen geblieben. Wie gesagt, jetzt warte ich halt. Ja, das ist das gleiche bei One Punch Man. Ich habe es mir heruntergeladen. Bis hier vorne hin. Ging nicht weiter. Habe ich deinstalliert. Dann das gleiche wieder. Dann stand da, ich muss es reparieren. Aber hier ist nirgendwo ein Reparatur Button. So ein Mist. Ja. Dann habe ich das halt wieder runtergeschmissen. Und jetzt nochmal neu raufgezogen. Also das dritte Mal jetzt. Und da bleibt er wieder stehen. Aber diesmal kommt er auch nicht von wegen, das Spiel ist beschädigt. Es muss repariert werden. Komisch, komisch. Naja. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten. Dann werde ich mein Ticket abholen. Ich kann er dann nochmal einschalten. Und sage mal, bis gleich. Och, er hat es doch geladen. Das hat aber jetzt, keine Ahnung, wie lange gedauert. Gut. Dann werden wir jetzt mal schnell hier alles machen. Was wir auch machen müssen. Ach, jetzt ist das Ticket. Zehn Minuten hat er hochgeladen. Das gibt es doch nicht. Ja gut. Dann machen wir. Wie gesagt. Naja. Das ist jetzt nicht. Äh, 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 äh. Aufträge abholen. Tägliche Aufträge. Die machen wir fertig. Alles abholen. Alles abholen. Super. Ja. Jawoll. Galerie. Das ist nur einer? Wer denn? Ach, da. Aber das war es jetzt. Ja. Das war ja nicht so schwer dran. Ja. Okay. Äh. Aufträge. Die Welt. Stadt. Einkaufszentrum. Das brauche ich für wen denn? Die Welt kriege ich. Ach. Den habe ich doch schon. Noch einmal. Den habe ich noch nicht. Schön. noch einmal. Noch einmal. Noch ein blauer. Den habe ich auch schon. 180. Der Mantel ist mir so teuer. Von. Wen habe ich. Die habe ich noch nicht. Den habe ich. Ich weiß nicht. Ja. Gerade bekommen. Den habe ich auch schon. Wie viel habe ich denn davon? Habe ich schon. Habe ich gerade gekriegt. Ach, da hatte ich den Trauch schon. Episch. Yeah. Okay, das war es. Keine Herzen. Okay. Aufträge. Fertig. Schön. Schön. Oh, die kriege ich jetzt. Ah. Gehen nur zwei. Ah. Nein. Was gibt es denn nicht? Ich habe hier die falsche genommen. Egal. 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 Kann ich die nicht auch aufwerten? Oder den. Oder den. Nice. Da ist noch einer. Wasser. Jetzt habe ich alle. Auftrag. Ach ne, nicht zum Training. Da gucke ich nicht weiter. Aufträge täglich. Kämpfe einmal in Mission. Okay, gehen wir dahin. Wir stehen hier glaube ich. Da werden wir nehmen. Fünf Figuren. Ach ja, ich muss gucken wer wo gegen Stark war. Wie war das gewesen? Info, ne? Blau gegen Grün, Grün gegen Rot. Blau gegen Grün, Grün gegen Rot. Aber, das sind Fährenkämpfer. Ah okay, der. So nochmal. Blau gegen Grün, okay. Blau gegen Grün, okay. Rot gegen Lila. Da. Und der Grün gegen den. Probieren wir mal aus. Auto. Zweifache Geschwindigkeit. Okay. Oben ist er down. Jawohl. Einer down von mir. Ach so. Ich soll in der Gilda eintreten jetzt. Ach Mensch. Es ist cool. Es ist cool. Gibt's auch nicht viele. Gibt's bestimmt noch mehr als nur die, die mir vorgeschlagen werden. Geht in den Aktivitätszentralen. Das soll die beste sein. Ich gehe lieber ein bisschen kleinere. Umso kleiner die Zahl, umso weniger aktiv sind die. Okay. Der ist aktiver als nur ein Spieler. Und der ist noch mehr aktiv. Achtung. Böjükle. Zwei. Eine. Dann ist er voll. Also nämlich den hier. Ist der die Gilda beigetreten? Jawohl. Fünf. Fünf. Ich verstärke einmal Ausrüstung. Grün kann ich nicht verstärken, aber blau. Haben wir gemacht. Nimm einmal Mission an. 312, okay. 312 und hier muss ich Stufe einmal Figur hoch. Reicht das nicht schon? 312, okay. Oh nee, lila. ich wollte nur auf 30 hoch egal bis 41 der ist noch episch bis 41 okay das haben wir blau lila grün bis 41 gleich habe ich kein geld mehr egal blau lila grün blau lila grün oder nehme ich meine ganzen lila ah ok wir fehlen kristalle 41 keine energie mehr gut aber das schon mal fertig meilenstein mein tun 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 nur wollte ich sagen turnier kampf einmal in extrem test einmal okay noch mal greifen wir einfach an egal brauche ich nicht sortieren ich habe da ein level 40er bei ok haben wir gemacht und jawohl wir haben es geschafft dass von heute die tageziele bis hinten angekommen die anderen brauche ich ja nicht mehr ich kann sie zwar nur machen aber die bringen mir keine extra punkte mehr und dann müssen wir so erst noch weiter spielen nimm einmal an game mission teil was ist eine game mission gill im boss schauen wir mal drei kisten schon okay immer noch drei kisten hier umsteckt glaube ich was ich gewinne denke ich mir mal vier kisten ja ja fünf kisten Oh! Oh! Das war's! Schön! Soll ich nochmal gegen ihn antreten? Da... schaffe ich nicht. Der hat mit einem Schlag die drei kaputt gemacht. Hm... Ah, egal. Angriff. Das war eine super Fähigkeit. Okay. Diesmal leben sie noch. Jetzt sind die drei down. Und gleich ist der Kampf zu Ende. Da. Nice. Ja, und da komme ich ja nicht weiter. Drei Strich. Kapitel 3. So weit bin ich noch nicht ganz. Schauen wir nochmal nach. Was ich hier alles habe. Habe ich nicht. Und habe ich auch nicht. Gut. Inventar angucken. Benutzen. Freunde. Okay. Nachrichten. Gilde. Abholen. Löschen. Okay. Zack, 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 zack. Achso. Drücken vergessen. Äh... Da. Geht noch nicht mit aufleveln. Und der. Auch noch nicht. Da brauche ich Missionen für. Story. Genau. Wofür? Brauche er Schuhe? Naja. Da. Und der auch noch. Und der auch. Und der auch. Und der erst recht. Und der Vogel. Und das Ding. Kriege ich da gleich nochmal was. Und nochmal Schuhe. Und nochmal Schuhe. Und nochmal Schuhe. Okay. Das war's. Gut, Leute. Das war jetzt die Runde. Ich hoffe, die hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Mit meinem Blabla vor. Und nur am Anfang. Äh... Ich werde das Spiel beenden. Kann ich nicht Ben. Okay. Und. Wir gehen zurück. Zu meinem Ticket. 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 Da holen wir mein Ticket ab. Und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.